Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie empfinde ich Musik? Wie fühle ich mich, wenn ich Musik höre? Der Musiker denkt, das ist schwere Arbeit. Kann ich das? Schaffe ich das? Ich muss mich beweisen. Bei normalen Proben arbeitet der Musiker, dass er immer besser und besser und besser wird. Bei öffentlichen Proben kann er das nicht zu lange machen, weil es fad wäre für den Zuhörer. Aber der Zuhörer kommt auch in die Richtung von dem Musiker, weil er sieht plötzlich, wie schwere Arbeit das ist. Und das bringt die zwei verschiedene Leute zueinander. Das bringt die zwei Pavel aus. Bei öffentlichen Proben ist er sicher. Für mich ist ein wirklich schwer und besser und besser. Wie viele Leisen müssen die Zuhörer nehmen. Die Einf защiturs condens Clef, in der ge에게 Bauchechtet wurden, die es immer Practicier aus party. Schuld die Bindung gegen Presse pretty. Die Abagieren muss ich etwas isso machen müssen dar, Vielen Dank.